Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Let's Play Creativerse. Und unsere Öfen sind bereit. Und wir auch. Ja, ähm... Graft. Zwei neue Sachen, keine Ahnung. Auf jeden Fall wollen wir in die Bag. Graft Chamber. Das wollte ich irgendwie ausprobieren, ich erinnere mich. Äh, was hatten wir hier? Diamant. Ach ja. Ja, so. Jetzt können wir es mal öffnen. Mensch, nachdem das hier endlich mal wieder funktioniert und wir die ganzen Bundles hier mal einsammeln können, Mensch. Aber ich finde es gut, dass man so Login-Bundles bekommt. Oder was sollte ja das Bad werden? Und hier wollten wir ein Schlafzimmer hinbauen. Erinnere ich mich dunkel. Ja, aber vorher würde ich gerne nochmal gucken wollen. Aber es geht ja interessant hier runter, ne? Also, überhaupt nicht mit Unterbrechung in der Grafik oder so, nein. Das ist nur Einbildung. Ach ja, der Schneemann. Ich erinnere mich. So, ich würde aber mal in meine Basis zurückkehren. Wir haben mittlerweile wieder einen normalen Ladescreen. Wobei Winter noch gepasst hätte, weil wenn ich bei mir aus dem Fenster gucke, es ist einfach übelster Schneesturm. Also, ja, was heißt Sturm? Das fällt so ganz entspannt und sachte hier auf die Welt hinunter. Aber, ja, auf jeden Fall, es hätte gepasst. So, lassen wir hier alles abchecken. Unser Lager, ey, wir müssen das dringend mal aufräumen. So, von hier aus sieht das schon mal nicht so aus, als ob er großartig weitergebaut hat. Er freut sich da hinten, dass er so doll hochspringen musste. Und dabei bestimmt nicht gestorben ist. Nein. So, Teleporterraum. Oh, ich bin so dankbar, dass das nicht alles neu laden muss. Oh, die Schrift ist schwarz. Geil. Cool. Ich stehe ja auf schwarz, ne, aber die Schrift ist schwarz. Das ist toll. Ja gut, dass das immer neu geladen werden muss, verstehe ich auch nicht, weil sonst kriegt das Spiel das ja auch hin. Aber ich muss den Ball mal ein Stück trinken hier. Ja. Oh, das sieht schon mal. Naja, etwas weiter gebaut da hinten, ne. Ich bin echt gespannt, was das hier wird. Der Krebs da oben. Oh nein, geh doch nochmal zurück. Bitte. Bitte. Bitte Krebs, bitte. Der ist so niedlich. Wie kann man Babykrebse nicht süß finden? Oh, ist der süß. Ich verschwende jetzt ein bisschen Zeit, aber das ist mir egal. Oh Gott, ist das süß. Hm. Okay. Wir gehen in den, ich höre Möwen. Was zu hören, ich habe Möwen gehört. Oh mein Gott. Wenn ich zeitgleich mit so einem Krebs hier reinlaufe, kommt der dann mit? Ich müsste ja eigentlich so laut Teleportationsgesetzen der Physik, wenn man das so erstmal benennen kann. Jetzt sind wir doch hier. Na toll, jetzt kann ich auch mal kurz gucken gehen. Ich muss von hier oben wieder ins Wasser springen. Die Aussicht von hier ist auch interessant. Ich bin ja gespannt. Ich weiß noch, wo ich hier angefangen habe und das gesehen habe. Und ich dachte so, wo kommt das denn her? Scheiße, was ist jetzt passiert? Und dann hat sich der Typ hier einfach bei uns ins Spiel eingeloggt. Und hat angefangen, hier geile Sachen zu bauen. Aber hey, also ich finde das ja sowieso immer cool, weil man sich so mit anderen Leuten, so von den Baustilen kann man sich immer so viel abgucken, finde ich. Also eigene Ideen ins Repertoire mit hinzufügen. Das finde ich schon echt cool, muss ich sagen. So, wir kehren jetzt aber mal nicht in die Strandbasis, sondern hier hin. Wobei, die Strandbasis könnten wir auch mal machen. Aber mal gucken. Mensch, Ladebildschirm hier hoch. Ah. Die Musik ist gerade auch ziemlich cool. Ja, mittlerweile müsstet ihr die hören können, weil ich das Spiel ja lauter gemacht habe. So, jetzt kümmern wir uns mal wieder um unseren Raum hier. Aber wir konnten gerade überhaupt nicht durch die Welt gucken. Nein. Wenn ja noch einen hier lang geht. So. Also ich würde ehrlich gesagt nicht normale Betten einbauen. Ich finde, normale Betten passen einfach hier nicht rein. Ich würde mal gucken, ob man irgendwie mit... So, ich wollte es ja mal platzieren. Was ist das? Oh. Oh mein Gott. Was ist das denn geiles? Oh Gott. Wer kommt auf solche Ideen, sowas ins Spiel einzubauen? Oh. 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 Das ist toll. Gut. Ja, ich bin leicht zu begeistern. Ich glaube, man hört das jetzt nicht ganz so raus. ist das toll das passt zwar überhaupt nicht hier hin aber das muss da jetzt sein das ist so toll ich mag das teil das ist klasse ist das super moment wo ist der schneemann das sehe ich jetzt nicht ein hier ist das premium alter ist das geil ist das geil ist das cool oh 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 ich habe eine idee oh mein gott oh mein gott oh mein gott oh mein gott aber das kann nicht vor der tür stehen bleiben das geht so nicht das muss hier auch weg wo platziert man das denn mal sind die denn jetzt habe ich jetzt inventar getan menschen so ich muss jetzt erst mal mit den gaslampen hier gucken okay moment nein 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 gott jetzt noch einmal nach unten ja genau man kann die ja ausmachen ist ja geil ich nein ich bin überhaupt nicht leicht zu begeistern nein nee halt ist das super oh nee das sieht doof aus ich dachte jetzt fliegen hier einzelne pilze schade so jetzt ist vielleicht fertig was ich da jetzt reinstecken möchte wo sind denn die knochen leute ernsthaft ich kann da keine knochen reinstecken also das finde ich jetzt höchst unrealistisch oh gott was nehmen wir denn mal oh wie sieht das aus oh geil das sieht gut aus das mache ich jetzt oh man ich muss noch mehr solche schilder herstellen warte kann man hier auch oh was oh 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 ba oh man ey pressure plate druckplatte ups jetzt habe ich ausgerechnet eine hergestellt eine led oh mein gott wir brauchen glas Sensor. It's practically a sixth sense. Yeah. Okay. Delay gate. Lift from gate. Aber hier? Blueprints. Blueprints, Dinger, Viecher. Oh. Ich will nur mal was gucken. Aber das sieht nicht so geil aus. Huch, jetzt hab ich schon wieder geklingelt. Nein, ich verschwende überhaupt nicht meine Zeit hier mit. Nein. Muss ich wieder runterlatschen hier. Türen. Galactic Stairs. Gibt so coole Sachen. So, war das ein Shield eigentlich? Wie hieß dieses Beschriftungsteil? Das muss ich nochmal nachgucken. Wood Sign. Wood Sign. Da. Wood Slav, Wood Roach, Wein. Ah, war schon mal das. Wines. Achso, Twines. Äh, ja. So viel dazu. Okay. Wir können ja mal schnell in den Wald gehen. Das ist ja überhaupt kein Problem. Das ist ja überhaupt kein Problem. Und uns hier ein bisschen Holz besorgen. So, das sieht jetzt beim Baum auch nicht so schlimm aus, weil der eh schon so ein bisschen abgesägt ist von den Seiten. Das wird Premium. Und dann decke ich... Oh. Oh. Hm. Ich beruhige mich. So, das dauert jetzt ja einen Moment. Ah, derzeit kann ich schon nochmal was trinken. Ah. Oh, mach doch schneller. Ja. Ja. Was muss ich denn noch aufnehmen? Eigentlich alles, bis auf Sims. YouTubers LiveCities in Motion und Forrest nehme ich ja morgen auf. Ich habe mir ja extra so eine Übersicht geschrieben, was wann kommt. Ob ich das schon geuploadet habe, weil ich im Moment sonst einfach den Überblick verliere. Und das einfach eine Katastrophe ist. So, das System muss uns natürlich sagen, dass wir das gecraftet haben. Ey, das dreht sich so lustig, das nehme ich jetzt mal. So einen Switch dahin packen wäre auch eine lustige Idee. Oh, Mann. So, dann packen wir hier nämlich schon mal eine Gaslampe hin. Jetzt, wo ich die immer umdrehe, sieht die andersrum, sieht die falsch aus. So. Wir missbrauchen gerade unsere falsche Obsidian-Dings, aber wir haben nur... Achso, die Obsidian. Okay, dann weiß ich gut. Ich war gedanklich irgendwie noch eine Mining Cell Stufe zurück, aber es hat sich erledigt. So ein Ankleideraum wäre noch cool hinterm Bad. Oh, und dann kann man vom Bad aus auch in den Ankleideraum und... Ja, das wäre geil. Das wäre echt Premium. Okay, wir schauen mal. So, hier möchte ich auf jeden Fall Bau und Bau und Dicht bauen. Hier fände ich nochmal so einen begehbaren Schrank cool. So. Wir gucken erstmal. Wir werden uns ja zwangsläufig hier irgendwo kreuzen. Ja. Wusste ich's doch. Wir könnten den Schrank auch hier reinbauen. Ich lese nur Combat-Mode. Ich lese nur Combat-Mode. Aber von wo wären wir jetzt bitte angegriffen? Okay, ich guck nochmal ganz schnell. Die Badrock-Door. Wir können eine machen. Ist das schön. Ja, ich wollte sie auf jeden Fall da hinbauen. Ja, ich wollte sie auf jeden Fall da hinbauen. Eigentlich können wir auch gleich mehrere machen. Zwei, drei, vier, fünf, sechs brauchen wir zumindest erstmal. Durch die Frage, was und wie wir das hier machen. Ich höle erstmal den Raum aus. Beziehungsweise erstmal sollten wir den Part beenden. Auf jeden Fall sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr könnt gerne was in die Kommentare schreiben. Und damit tschau und bis zum nächsten Part. Ich hoffe, es geht wahrscheinlich nur auf den Punkt. Ich hoffe, es geht bei euch.